Der Anschlag war wie in Beton, wie in Beton. Ich hab mal gesehen, ich wollte hier auf den Wässer laufen. Schön von unten raus, oder? Ja. Voll einmal zum Bier. Die Rute muss jetzt viel weiter runter, wenn wir gelassen. Noch schon ein echter Winkel. Ich habe die Rute, die wir sehen, da ist der Karte, der Karte, der Karte, der Karte, der Karte ist. Ich fühle ja nicht, dass die Sache eskaliert, ich kann auch fester ziehen. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass es echt unterfisch ist, aber ich hoffe, dass die Sache eskaliert. Ich hoffe, dass die Sache eskaliert, dass die Sache eskaliert. Ich hoffe, dass die Sache eskaliert, dass die Sache eskaliert. Ich hoffe, dass die Sache eskaliert, dass die Sache eskaliert. Ich übernehme es mal kurz und so mache es vielleicht noch ein bisschen die Blame. Ich hoffe, dass die Sache eskaliert, dass die Sache eskaliert, dass die Sache eskaliert. Ich hoffe, dass die Sache eskaliert, dass die Sache eskaliert. Ich hoffe, dass die Sache eskaliert, dass die Sache eskaliert. Ich hoffe, 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 dass die Sache eskaliert hat. super geiler fisch beim aktiv guiding guckt euch diesen geilen fischer mit der neuen catfire boot 240 kein problem aber wir müssen den rüber auf die andere sei trotzdem irgendwie kriegen ich werde jetzt mal versuchen das boot dann zu drehen und du gehst mit so ich drehe jetzt du versuchst spielt nicht mit jetzt hat geh rum 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 schön die spannung genau noch mal rum rum so Ich gebe mir den anderen Ich gebe dir einen Handschuh, dann helfe ich dir Bin ich, oder? Big Fish, SportX, Extrem Ebro Fishing River Monster Guckt euch den Schädel an Brutaler Fisch Brutal Bout Bout Zeit Bout 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 Bout